ja leute es ist soweit das neue update ist jetzt draußen und tatsächlich ein tag vorher schon ich glaube die meisten fangen jetzt schon an zu streamen ich habe auf jeden fall gleich uni deshalb einfach nur dieses info video das update kann ab sofort heute runtergeladen werden das dlc konntet ihr schon seit ein paar tagen vorbestellen ebenfalls runterladen ich wünsche euch auf jeden fall super viel spaß mit dem update und heute gegen 16 uhr circa nach meiner uni nachdem ich mit kiragassi war oder 16 30 wohl eher werde ich streamen der streamkanal wäre dann twitch und ich heiße da die katinko also genauso wie auf instagram alle wichtigen links sind auf jeden fall in der video beschreibung und ich würde einfach sagen let's go lasst die sau raus gebt eure nugmalen aus fangt an mit melinda über verschönerungsregeln an eurer auf eurer insel zu reden und es wird geil es wird extremst geil ansonsten würde ich aber sagen das war's mit dem video viel spaß und denkt an den stream heute 16 30 auf twitch bei